Servus zusammen, ich bin Siggy Eichhorn und ich bin heute wieder hier am Ammersee am Ufer unterwegs, um einen schönen Fotospot zu finden, weil morgen Abend habe ich ein Fotocoaching, morgen und übermorgen und da will ich mir eine besondere Location raussuchen. Und jetzt hier beim Herumwandern am Ufer habe ich diesen wunderschönen Baum hier gesehen, beziehungsweise die Wurzeln faszinieren mich, die strahlen ja echt sowas von Power aus und jetzt habe ich mich kurzerhand entschlossen, ein ganz kurzes Video zur Landschaftsfotografie zu machen oder Naturfotografie ist es ja eher und ich zeige euch mal, wie ich diesen Baum jetzt hier fotografiere. Schaut euch den mal an, der ist echt beeindruckend, echt ein massives Teil. So, aber jetzt frage ich mich mal, wie fotografiere ich den Baum, ohne das Haus da hinten groß zu zeigen und wie gestalte ich das jetzt möglichst interessant? Ich mache jetzt erstmal ein Standardfoto, einfach drauf auf den Baum, um zu sehen, wie er überhaupt aussieht auf dem Foto, wie er wirkt und dann, ich weiß nicht, Hochkant oder in Breitformat, Querformat, kommt er vielleicht noch cooler, wenn ich mich nur auf die Wurzeln konzentriere. Erstmal das Standardbild. Und fotografieren werde ich mit meinem neuen Lieblingsobjektiv, mit dem 16-35G Master, und zwar auf 16 Millimeter, da kriege ich ganz schön viel von dem Baum drauf und ich kriege auch ganz schön viel von dem Haus da drauf, was ich eigentlich nicht will. Das heißt, wenn ich jetzt hier aus der Standardposition hier ein Foto machen würde, dann habe ich das gelbe Haus da hinten drauf, das will ich eigentlich nicht, weil das lenkt von dem Baum eigentlich und von den Wurzeln nur ab. Also muss ich nach unten gehen, in die Hocke. Aber rein von der Bildkomposition ist das ein 0815-Bild. Jetzt versuche ich mal, irgendwie eine schöne Komposition zu finden. Ich meine, ich kann hier mit dem Stamm spielen, der ja nach oben so v-förmig hinausläuft, dass ich vielleicht dieses V oben in die Ecken platziere und von weiter unten fotografiere, hier quasi aus der bodennahen Position. Oh, das schaut schon viel mächtiger aus, da der Baum richtig bumms. Bam, geil. So mache ich es. Ich werde den Baum von unten nach oben fotografieren. Das ist dann kein Standardbild, macht es echt interessant. Und so gehe ich es jetzt mal an. Ja, das schaut hier schon nach was aus. Wenn ich jetzt wirklich weitwinklig hier bin und möglichst tief am Stamm bin, vielleicht hier sogar auf der Wurzel direkt drauf, dann schaut das schon ganz gut aus. So, und jetzt habe ich hier wieder das Thema mit dem Fokussieren. Wenn ich das jetzt die Kamera alleine machen lasse, dann springt die Kamera vom Fokuspunkt da nach da hoch zum Stamm. Und da suche ich mir jetzt mal mein Fokussfeld hier im Menü aus. Und zwar werde ich hier in das manuelle Fokussfeld gehen. Also Flexible Spot manuell ist das dann. Und dann kann ich mit Hilfe meines Joysticks den Fokuspunkt hier hinsetzen, wo ich will. Und da ich ja nach vorne gucke, möchte ich nicht den Bereich hier scharf stellen, sondern gehe einfach hier auf die Mitte vom Stamm. Und das mal jetzt hier, indem ich mit dem Joystick ein Stückchen nach oben gehe. So, welche Blende? Dass es einigermaßen interessant aussieht, wähle ich jetzt mal eine kleine Blendenzahl. Ich gehe mal auf eine 3,2er Blende, ISO 100. Und passe jetzt die Belichtung noch ein bisschen an, dass das Bild nicht zu hell erscheint, weil die Sonne hier während mittags, jetzt um halb eins, die Sonne knallt hier voll auf den Stamm drauf. Da wähle ich eine 1,320. Und oben nehme ich mal jetzt den Stamm und die Äste, die eben auseinanderlaufen, auch noch zu Hilfe. Lasse die oben irgendwie in die Ecken zulaufen. Dann ist ja schon wieder kein Standardbaumfoto. Das Ganze probieren wir jetzt bei denselben Einstellungen mal im Hochkantformat. Ah, da kommen wir jetzt nicht ran. Ich kann mich jetzt hier nicht da unten reinlegen. Das muss ich jetzt dann tatsächlich hier blind machen. Aber auch, der schaut ganz gut aus. Also ich glaube, Keypoint für mich ist hier wirklich, runterzugehen und die Wurzeln im Vordergrund mit einzubauen. Und dann habe ich hier ein ganz cooles Baumfoto. Sehr interessant sieht das aus. Also ist auch kein alltäglicher Baum, finde ich. Hier ist wahrscheinlich die letzten Jahre sehr viel Wasser runtergekommen und hat die Wurzeln so richtig schön ausgewaschen. Ah, wow. Das sieht schon wieder echt beeindruckend aus. Geil. Hier in der Waage bleiben ist echt nicht so easy. Ah. Bam. Cool. Mal kurz ein Check hier im Display. Im Querformat gefällt er mir fast noch besser als im Hochformat. Aber er ist gut eingefangen und bin ich relativ happy mit dem Teil. Wir schauen auch mal auf einer 2,8er Blende. Wie er da so wirkt. Ich fotografiere jetzt absichtlich nicht die Äste da oben, weil das Bild so viel, viel interessanter rüberkommt. So guckt man viel länger drauf und wundet sich, what? Was ist das denn? Das ist jetzt Kunst, würde ich eher sagen. Kann gefallen, kann aber auch nicht gefallen. Aber es sind tolle Bilder entstanden. So Leute, jetzt ist dieses Video mehr oder weniger sehr spontan entstanden, weil ich hier einfach an diesem Baum vorbeigelaufen bin. Aber die Wurzeln des Baums haben mich einfach fasziniert und ich dachte mir, das muss ich festhalten. Wenn euch dieses kurze Baum-Video gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like dafür oder kommentiert es und schreibt rein, macht so einen Schrott nie wieder oder hey, gerade solche Dinge interessieren euch. Das kann ja alles sein, ich weiß es nicht. Ich lese die Kommentare und versuche sie zu beantworten. Das war es von mir vom Ammersee und ich wünsche euch einen schönen Resttag. Euer Sigi. Bye, bye. Die Wurzel sieht auch mal ganz cool aus. Ganz schlecht. Habe ich gar nicht gesehen bis jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.